Wir sind die solidarische Landwirtschaft Gemüse Ackerwald Kappel. Wir befinden uns im nordhessischen Bergland und uns gibt es seit einem Jahr. Wir bauen in unserer Gärtnerei vielfältiges Gemüse an und arbeiten dabei nach den Methoden der aufbauenden Landwirtschaft. Das bedeutet, dass wir den Boden kontinuierlich verbessern, also Humus aufbauen und somit Kohlenstoff im Boden binden. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Mehr Humus bedeutet mehr Bodenleben. Unsere Vision ist ein Market Gardening Akuforstsystem. Mit Keyline Design und Humusaufbau soll das Wasser in der Fläche gehalten werden. Die biointensive Anbaumethode dient der lokalen Ernährungssicherheit. Ein Akuforstsystem hilft, Boden-Nährstoffe zu erschließen, Humus aufzubauen und Kulturen zu beschatten. Unser Anspruch ist eine ganzjährige Versorgung mit Gemüse. Dadurch wird vermieden, dass das Gemüse über weite Strecken transportiert werden muss. Und der Boden ist das ganze Jahr über mit Pflanzen bedeckt, was dazu führt, dass weniger CO2 in die Atmosphäre entweicht. Und natürlich wird das Bodenleben auch dadurch gefördert. Wir haben schon viel Geld investiert. Für den nächsten Schritt, die Anschaffung des Folientunnels, brauchen wir deshalb eure Unterstützung. Wenn du uns unterstützt, hilfst du damit, eine zukunftsfähige Landwirtschaft zu gestalten. Spende Geld oder werde Ernteteilerin. Ihr könnt uns auch gerne auf unseren Flächen besuchen kommen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.